OOOOH-OH-OH-OH-H Seid' nix убjht is' Komisar Moora mit di' feb, kras, bräune Auge ood en Erdogan recibjuht alle is' Komisar Ali mit di' feb, kras, bräune Auge beide zinn feb, kras die Jenner-Peli soir Folge hoyte Filmeriss Jenner-Peli sair ed ein Problem alle saupen bis sie weise Mäuse sehn oder schwüle rosa ass egal ob auch Jenner-Blitzpass Oder im Büro. Chefin ist stinkensauer. Ich bin stinkensauer. Räumt sofort die Hasen weg und guckt nicht so blöd. Nein, ihr Saftköppel. Okay, Chefin. Nicht so blöd gucken und alle Hasen verraften. Ali, Murat, wir haben ein Problem. Ihr sauft zu viel. Ihr seid andauernd müde und unkonzentriert. So geht das nicht. Setzt euch zusammen und redet über euer Alkoholproblem. Kapiert? Und tatsächlich, nach der Arbeit sprechen Ali, Murat und Yerma über ihr Alkoholproblem. Prost. Prost. Ich bin so froh, dass wir darüber sprechen. Prost. Darüber reden hilft wirklich. Prost. Mir geht es auch schon viel besser. Alle, die drei Kübeln sich die Birne zu essen, spümmt. Und was für ein Böden. Das ist bestimmt nicht gesund. All das was hab ich gesagt. Die drei haben komplett den Filmriss. Hey, kennst du das? Du wachst morgens auf, hast dein Brautkleid an und weißt nicht, wo du bist. Du weißt nur eins. Du brauchst Rischsalz, weil gestern du bist Bars abgestürzt. Yerma ist schwer. Yerma. Yerma, gibst du dich? Mir ist winderlich. Yerma. Ali, ich hab Durst. Äh, bleib wo du bist, ich hab Wasser. Durst. Ali, wir können rechtstabiert Yermas Brandlöschen mit extra viel Wasser. Durst. Ich komme. Wasser. Doch Ali ist immer noch besoffen und verliert das Gleichgewicht. Alter. Yerma, immer wenn ich besoffen bin. Durst. Habe ich Lust zu pöppen. Durst. Haben sich die beiden das Hirn rausgesoffen oder was? Mit der Polizei ist die Vollwerker. Endlich ist auch Murat von der Toten erwacht. Er hilft den beiden, schnappt es an uns rein und alles ist gut. Oh, 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 oh.